Willkommen zurück zu Super Mario RPG! Wir sind hier in den Pilzpfad stehen geblieben und habe gemerkt, ich habe euch noch gar nicht das Menü gezeigt. Es gibt ja einmal die Aufstellung, falls wir dann mehrere Teampartner bekommen später. Unten steht noch Toads Hilfe, was wohl Nüssiges für dich hat, weiß ich noch nicht. Ausrüstung, werden wir später auch noch freischalten. Techniken, Items, ein Reisebuch mit einer Monsterfibel. Scheinbar müssen wir alle Bösewichte, die wir treffen auf dem Abenteuer, müssen wir wohl einschreiben unser Buch. Können wir noch Einstellungen ändern, wie zum Beispiel, was ich auch hier oben zeigen möchte. Statt moderne Musik, können wir die alte Musik haben. Ist das nicht cool? Wenn wir mal kämpfen gegen den Gegner hier. Oh, die alte Musik. Richtig cool, oder? Dorni haben wir übrigens als Stacheln. Also würde ich jetzt mal nicht auf ihn springen, deshalb greife ich mal mit der Faust an. Das muss ich noch üben. Was, was besiegt? Mal den Supersprung. Bam! Okay, erstens ist nochmal weg. Daneben, haha, ich hab nicht mal was machen müssen. Bam, bam, tot. Aber wir werden natürlich... Aber wir werden natürlich... Ich mach die alte Soundfort, aber wir werden natürlich mit der neuen Musik spielen. Einfach, weil ich die neue Musik ein Stückchen besser finde. Ähm, man kann ja auch noch ein paar andere Sachen ändern. Auch die Schwierigkeit, falls man mittendrin denkt, ah, spielt doch zu schwer oder spielt doch zu einfach. Ne? Kann man es auch mal ändern. So, und jetzt vermöbeln wir ein paar Bad Guys, würde ich sagen. Wie zum Beispiel wieder mal die paar Dornis. Bam, bam. Ich weiß nicht, wann der rot-um-Angriff funktioniert. Weiß nicht. Auch kein... Verpflichtet Design oder so funktioniert. Oder hat es mir jetzt eine Münze gegeben? Wir können also auch Münzen droppen. Jetzt war es ja so ein rot-um-Angriff. Hm, keine Ahnung. Ich muss das Spiel noch ein bisschen üben, ein bisschen lernen. Das ist, glaube ich, normal. Machen wir mal. Halt. Bam, bam. Was passiert jetzt? Ah, der. Okay. Abgemacht. Okay. Bam, bam. Wir haben 100 auf der Leiste. Kampfansage hoch. Todshilfe. Mach mal. Todhilfe. Tod-Eiz-Hilfe. Was da wohl nützlich ist, wenn du dich hast. Mach mal bitte. Äh, ein Item. Muss ich mir nochmal drücken. Ein pinker Stern. Glücksternchen. Danke. Garantierter Aktionsbefehl Erfolg für zwei Stunden. Züge. Oh. Gut. Für Noob wie mich. Dann machen wir doch mal. Bam. Okay. Zwei Züge. Ist das jetzt nur für diesen Kampf? Oder sind das für... Immer. Die nächsten zwei Züge. Egal wann. Ich glaube nur für den Kampf. Ey, das wollte er immer mehr von denen. Was dann? Wie komme ich an Ligo und Lakitu ran? Ich bin nicht die ganze Zeit nur gegen die Kämpfen. Hey, hey, hey. Lakitu. Okay, scheinbar können wir noch nicht gegen den Kämpfen. Ich nur rede jetzt mal. Das wollt ihr nur neue. Hey. Du da. Was klötzen sie? Du gehst mir auf den Hammer, Bruder. Nimm dich in acht, Mario. Der kann jetzt ein Grobi an. Ja, das sieht man. Aber ich kämpfe trotzdem gegen ihn. Dreckst du uns auf die Penne? Wir haben einen Hammer. Pah. Wir werden dich plätten. Wetten? Etwas? Oh. Sogar mit Katz ihn. Da müssen wir unseren kräftigsten Angriff raushauen leider daneben. also war nicht damit stein ich konnte pilz der billige pilzer das so sein denn es ist reiche für dich oh b 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 ok wächst die wasser ja aber lieber den angriff dann ging er nicht besser wie eine schon mal vermöbelt worden, Bruder. Der Hammer, Bruder. Wutschub. Oh, oh. Hammerbruder. Die sind aber jetzt mit schwarzem Panzer als im Grün, ne? Warum auch immer. Vielleicht kämpft sie nicht mehr für Bowser, sondern für jemand anders. Wer weiß? Ich weiß nur, dass ich den... Auah! Dass ich den jetzt kaputt möbeln will. Der lebt immer noch. Ja! Perfekt ausgewischen. Und jetzt kannst du mir nicht mal ausweichen. Oh, ich mag natürlich keine A im richtigen Timing. Sollte ich heilen? Ich glaub noch nicht. Ich glaub, es passt noch. Oha, danke für die Münzen. Blumenzeit erhalten. Und... Tony gerettet. Danke, Mario. Ich bin so schnell gelaufen. Da hatte ich überhaupt nicht aufgepasst. Zum Blaschen ist gleich hier geradeaus. Nicht mehr weit, Mario. Manu? Da liegt ja doch ein Hammer. Uiuiuiui. Schau mal. Siehst du das hier? Ja, hast du gerade erwähnt. Das ist das offizielle Zeichen der Hammerbrüder drauf. Denn damit Hammers steht so schnell nicht wieder auf. Was für ein nützlicher Fund. Nehm ihn auf jeden Fall mit. Okay. Dann rasch weiter. Wir sehen uns am Palast. Können wir damit kämpfen? Das wär cool. Mit einem Hammer kämpfen. Bruder. Warte, sind wir jetzt. Ah, tatsächlich. Wir sind jetzt schon im Pilzpalast. Sieht ein bisschen anders aus als gewohnt. Stimmt, mir fällt's auch auf. Hier ist das Schloss blau, aber wenn wir jetzt gleich reingehen, werdet ihr merken, dass das Schloss rot ist. Mega seltsam, aber... Na gut. So, wir haben's geändert. Ich glaub' aber nicht. Die Musik. Scrub, 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 all the floors and high school. Nein, okay. Hi, Duda. Hallo, Mario. Mein kleines Brüder steht vor der Drogen. Warum? Ständig schwälen und putzen. Total nervig. Ja, Haushalt, ne? Hallo, Mario. Mein kleines Brüder steht vor der Drogen. Oh, nee. Lässt. Ob ich mit dem falschen? Mampf, mampf. Okay, hat sowieso nichts zu sagen. Aber die Treppe führt zu nix. Na doch, sie führt mich hier hin. Hey, Duda. Soll ich mit dir reden? Hey, hallo. Und hüpf, und hüpf. Hey, Mario. Sag mal, wenn ich fleißig übe, kann ich dann irgendwann auch so hoch springen wie du? Klar doch. Warum nicht? Immer schön üben. Juhu. Boah, jetzt gibt er mal richtig Vollgas. Und hüpf, und hüpf. Hey, Mario. Äh, nee, vom Wegen. Kannst du nicht. Äh, äh. Puh, na danke auch. Oh, der springt da gar nicht mehr. Nein. Äh, äh. Ich kann auch aus dem Kopf springen. Weil ich ein bisschen abrutsche. Ja, ich bin auch aus dem Kopf. Oh, doch. Bauts kann ich leider nicht. So, hüpf mal. Wie hast du das Zeug hält? Gibt's irgendwas? Ich weiß, es gibt es nicht kurz in dem Spiel, aber ich weiß nicht, wo die sind. Leider nicht. Wo die Prinzessin wo gerade ist, ich hab sie ja schon länger nicht... Bitte, schon wieder, Bowser? Äh, natürlich. Wenn sonst. Hey, Mario, bist du da in etwas reingetreten? Was? Was meinst du? Hä? Ha! Reingefallen! Achso. Oh. Schon wieder? Aha, reingefallen. After you scrubbed all the floors. Ihr war nachter, gefährlich? Kostet nur drei Münzen. Oh, warum nicht? Kann man so nünnes in der Zeit mal ein Like da lassen, ne? Ne, we, we. Ah. Abenteuer ruft, Abenteuer ruft. Müssen weiterreisen. Aber sie geht richtig ab, ne? Ach, wenn ich den ganzen Tag schlafe? Bin ich die Bohne. Hm, Bohne. Ne, Bohne ist ein anderes Spiel, du. Bist du dann das nächste Mal, ja, Peachy? Hört Spaß. Können wir nicht drauf springen? Moing! Oh, ein bisschen zu durchsparig. Warum auch nicht? Wir sind der Osho von Level 2. Klappe halten! Okay, sorry. Ich gehe ja schon. Ein Stern, unfreundlich. Hier ist ein Pilzhaus. Mario, hallo! Schon gehört ein Enkel des klugen Weisenquark. Soll heute bei mir irgendwelche Erledigungen machen. Gestern habe ich ihn aber noch nicht. Aber du wolltest dir sich selbst schon was Stutes kaufen, ne? Sag mal, was darfst du denn sein? Hat er gerade seinen Satz nicht richtig beendet, oder was? Bin vielleicht komisch und so, aber ich liebe diese Arbeit. Haha, als was darfst du denn sein? Was kann ich denn kaufen? Muntermacher. Man nimmt einen Verbündeten wieder. Das kann man doch nicht beworfen. Reinigungszaft. Halt hat das Erweck des Avenders. Aha. Latzhose und normale Hose. Eine einfache Hose. Eine einfache Latzhose. Okay, die Hose bringen rein gar nichts. Aber die Latzhose, die verbessert unsere Stats. Sprungschuhe. Prima geeignet, um genau auf die Köpfe zu springen. Gegengift-Button. Verhindert Schaden durch Gift. Ah, nett. Überlege ich mir mal. Oh, ich gehe mal in den Keller, ohne dass es merkt. Hi, du da. Ich befinde dir, dich vor mich zu stellen. Okay, was jetzt? Nun befinde ich dir zu springen. Oh, danke. Ein Secret. Dieser weiße Schatz-Trum versteckt, die man nicht sehen kann. Man nennt sie Geheimschätze. Wenn du fleißig hüppst, solltest du unsichtbare Truhen rascher finden. Das hier sollte ich dir auch dabei helfen. Ein Alarmring? Den musst du anlegen. Dann hilft er dir, Geheimschätze ausfindig zu machen. Trägst du einen Alarmring, so verrät er dir, wenn sich ein Geheimschatz in deiner Nähe befindet. Der Ring muss aber ausgerüstet sein, sonst funktioniert er nicht. Dann rüsten wir ihn doch direkt mal aus. Mit Start. Die Musik so unterdrückt man völlig cool. Items. Besser Items? Oben? Da bin ich noch rüber. Hm? Hm? Kommt noch nicht, ja? Da habe ich noch keine Spezial-Items. Hm? Ausrüstung vielleicht. Accessoires. Alarmring. Ah, jetzt haben wir die ausgerüstet. Kleider haben wir nichts. Waffen haben wir in den Hammer. Der ist auch wieder ausgerüstet. Okay. Was macht er denn? Zum Weichklopfen von Gegnern. Ja. Und Essen. Was? Geheimschätze in der Nähe. Hier ist auch was. Oder der nochmal. Warte, sagt er es mich vielleicht? Ich empfehle dir, die eine Runde Heißes haben. Okay, werde ich, werde ich. Hier soll doch irgendwo was sein. Weil ich frag mich, wo? Oder ist hier nichts mehr? Warte mal, wenn ich runter und hoch und runter gehe? Doch, hier ist noch was. Hier ist noch ein Geheimschatz irgendwo. Also, bringen wir mal überall herum. Vielleicht finden wir den irgendwann. Wenn wir einfach nur herum springen. Du hast du was für mich? Ne. Höh? Okay, ich komme mal später darauf zurück. Ich weiß auf jeden Fall, dass da was ist. Vielleicht kann man es noch nicht erreichen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Was sieht schön aus hier? Ja, von der Palastal. Ich lese halt dir eine ziemlich zwiegeltige Gestalt rumtreiben. Aber ich gebe gut achtet, weil ich jetzt sauber vor Gestalten halten. Gestalten halten, finde ich gut. Alter, wie schnell ist der denn bitte? Hey, du da? Mario, bin ich groß mit der Ziehe. Ich bin ja unser Nerd-Zummo um die Welt, ja? Keine Sorge, falls uns mal ein Bausel mit dem Weg noch auf, denn wir, ich gehöre, ich die Radischen verhageln. Ja, der Text ist richtig 90er, aber na gut. Ich hoffe, mein Enkelschirm wird mal genauso lieb und gutherzig wie die Prinzessin. Ah, Prinzessin? Was nennt man eigentlich mit der... Immer wieder herrlich, wenn sich die Kleinen so schön vergnügen. Moin. Du meinst, ist irgendwas? Gibt es trotzdem geheime Glöcke? Oder ist es einfach nur Deko hier? Also schau mal, das ist doch perfekt gemacht für einen Jump'n'Run hier, für einen Parcours. Hier hätte was sein müssen. Hätte ich das Spiel gemacht, hätte ich ja was versteckt. I'm just saying you. Oh, man kann hier hochspringen. Ah, nett. Okay. Hallo. Kannst du gleich einen schönen Unhaus aus für Flitterwochen? Nee. Hey Mario, rat doch mal. Rosi und ich, wir waren immer Freunde, aber jetzt heiraten wir. Oh nein, wie schlimm. Mein Beileid. Hab ich mit denen geredet? Hast du hier vorhin auch so einen Krokotypen gesehen? Klang total nach Ganova, wie der so sprach. Ein Krokotypen? Meinst du Bowser? Da fühlt sich ja nichts Gutes im Schild. Heiliger Pilzschirm, wo ist denn mein Geldbottel plötzlich hin? Oh Mann. Das hängt nah, ganz, ganz schlecht. Oh, überhaupt nicht gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles erkundet, oder? Man kann da drauf springen. Boing, boing. Das ist lustig. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, doch. Das geht so ab, ne? Hä? Hi? Na, hör mal. Pst. Du willst dich nach einer beginnen und mit so einem Krokotypen sich ja auch verstecken. Ja, okay. Da hast du recht. Hi. Beeilich, Mario. Der Kronen ist erwartet dich. Okay. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Mario, endlich. Ich will sofort den Kronen in dieser Bescheid sagen. Wir sind jetzt an der Ringe im Palast, ja? Oh, ich bin ein Reimschatz irgendwo. Wo? Wo ist er? Todi? Mir nach. Sicher? Das ist doch bestimmt irgendwas. Da oben. Das sieht voll aus, wenn wir nach oben müssen. Oh. Oh, ich kenne das. Warte mal. Wenn ich jetzt draußen reingehe, ist er dann wieder da? Hab ich es versaut? Oh nein, ich habe es noch nicht versaut, oder? Was will ich woanders angehen? Gehe ich einfach woanders nach. Oh, hi. Du hast mir so nicht zurückgekehrt. Der Kronenminister ist sicher ganz außer sich vor Sorge. Können wir da schlafen? Können wir auf ihr Bett rumspringen mit den Schuhen? Und hier auf unseren Sitz. Wir müssen uns hinsetzen. Und schaut mal, was da hinter dem Stuhl ist. Irgendetwas schockierendes von Peach gefunden. Duda, was soll das? Lasst mich doch schon alles dort, wo es war. Ah, hier. Ich gebe dir auch als Wasserentschädigung. Ein Pilz? Okay. Wir dürfen wohl nicht das anschauen, was da Peach hinter dem Stuhl versteckt hat. Okay. Tut mir leid. Kann er sich da denken, was es war? Ich verrate es euch nicht. Ja, hier ist was. Ich glaube, was man hätte machen müssen. Aber das ist ja kacke für neue Spieler. Ich weiß aber noch aus so einem Easter Egg Video, dass man, wenn man hier rauf springt auf Tutz, auf Tutz, äh, Kopf und dann direkt nach oben springt, dass man da hochkommt. Und dann ist da oben so ein Secret Bereich oder so. Das geht doch gar nicht mehr, oder? Ich bin die Palastkellerwache. Entschuldige, aber ohne die Erlaubnis des Krumministers darf hier niemand rein. Okay, da komme ich später nochmal vorbei. Wer in die Palastkellerwache? Kellerwache macht wieder einen faulen Lenz, während ich hier das Gästezimmer selber mache. Weiß ich nicht. Krieg doch einfach mal mit ihm, was er seine Arbeit machen soll. Mach das doch einfach mal. Todi! Bier nach! Geh, ich bin ja schon da. Da ist er. Nicht Toadsworth, der ist hier nicht im Spiel, aber den gab es zu der Zeit noch nicht. Vielleicht kommt der ja nochmal wieder irgendwann. Arra, Eminenz! Mario ist eingetroffen! So, schick den bitte her. Mario, dem Himmel sei dank, dass du endlich hier bist. Aus Bauders Festung war ein gewaltiger Krach zu hören. Mir sind fast die Sporen aus dem Schirm gefallen, als es rumste. Hm, verzeih die Frage, aber wo ist denn die Prinzessin? Sie hatte sich doch zu dir nach Hause aufgemacht, oder? Oh, wie schrecklich. Ich ahne Schlimmes, obwohl Bowser hinter der Sache steckt. Ja. Was? Was zum? Äh, äh. Boah, Mario, wie kannst du dich denn so schnell verkleiden? Cool. Heiliger Hallimarsch! Dann hat Bowser also aufs Neue unsere geliebte Prinzessin entführt. Ans Werk Mario, du kennst dich ja aus. Wage dich in die Festung und rettiere Hoheit. Nee, du. Lass das mal. Bowser klingt mich sonst noch. Yay. Wir retten sie. Und dann. So richtig überspitzt. Oh Mann. Ihr müsst alles übersetzen, Leute. Meiner treu, ein bodenloser Abgrund vor Borsitzfestung. Weltschreckliche Wendung. Und doch muss ich dich bitten, Mario. Bitte rette unsere über alles geliebte Prinzessin. Ihr Wohl liegt in deiner Hand. Halt! Kleinigkeiten noch. Wersen. Du legst doch sicher all die Rüstung an, die du so findest, oder? Soll tot dir es rasch erläutern? Mach doch mal. Rüstung wird im Benü angelegt. Du kannst erst bitte mal starten. Okay. So, ich guck mal hier ausrüstung. Im Benü wird man ausrüstung. Ah, da kannst du hier einen Hammer auswählen. Hier erscheint dann alles. Ne, Hammer ist ganz gut. Kann man auf jeden Fall mal machen. Hammer stark, sag ich jetzt so. Hehehe. Guck, da macht. Donke tot. Damit ist mir merkwoller. Du kannst nur eine Rüstung in den Accessoires, in den Itemläden kaufen. Alles Gute wünsche ich. Stopp! Andere Kleinigkeiten noch. Aua. Nun ja, weißt du, wo ich da fast unkommene Vorsorge um die Prinzessin, da dachte ich mir, könnte ich dich bitten, dich rüber zum Palastkeller zu begeben und dich für deine Reise zu rüsten? Der Wächter wird dich einlassen. Ich sag ihm einfach Bescheid. Okay. Danke, Kumpel. Dann machen wir da was. Hier ist immer noch was. Hey, Toad. Mario, der Kumpel ist am meisten erzählt. Mir nach, hier geht's im Palastkeller. Hier nach, ne? Soll ich jetzt runter zum Palastkeller. Komm, ich sag dir, was wir haben. Okay. Aber was sagt denn der andere? Mario! Okay, ruhig halt noch nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach weglaufen. Mein Ruf wäre ruiniert. Okay, sorry. Was haben wir denn hier? Ein Pils? Das ist ein Pils. Unverkennbar, nicht wahr? Pilslein, wie dieses findest du einen Schatz tun. Sie unterscheiden sich etwas vom alten Pilz. Pilze aus Schatztrohnen füllen sofort KP und BP wieder auf. Lassen sich aber nicht für später aufheben. Das alten Pilz hingegen füllt zwar nur deine KP wieder auf, fühlt sich aber dafür in deiner Tasche wohl. Schön. Und wir leuchten sogar. Das ist eine Blume. Bülchen will dieser Pilze so einen Schatz tun. Sie sind nicht dasselbe wie das alte Blume. Blumen aus Schatztrohnen füllen sofort deine Blumenpipi auf. Äh, Blumpunkte auf. Äh, an die Blumenpunten, nicht Blütenpunkte, okay. Lassen sie aber nicht mitnehmen. Blumenkappseln krassieren, umhertragen und damit deine Blumenpunkte erhöhen. Öffne einfach mal X und setzt ein. Okay. Blumenzeit um drei. Hinterlegen 18 haben wir jetzt. Was haben wir denn hier? Eine Münze. Das ist eine Münze. Es gibt kleine mit einem Wert von 10 und große mit einem Wert von hoch 10. Äh, 1. Eine kleine für ein 1 und große von 10. Sorry. Die hier hat einen Wert von 10. Okay. Danke, Todi. Kein Problem. Aber du weißt auch, was Blumenpunkte sind, oder? Nein. Aber gerne doch. Blumenpunkte BP, die in dem Kampf dazu besonders ist, die Sprechaltechnik einzusetzen. Die Technik sprung zum Beispiel kostet 3 BP. Jedes Einzelverbrauchst 3 Blumenpunkte. Und wenn du keine Blumenpunkte mehr hast, dann kannst du auch keine Sprechaltechnik mehr ausführen. Das heißt, die Blumen erhöht dein Maximum an Blumenpunkte und BP auffüllen kannst du mit Siruppilzen aus Schatztruhen oder in Gasthäusern. Das war's aber jetzt alles. Boah, endlich so toll wie vorbei. Können wir es dann anfangen, oder? Ah, nee, geht's gar nicht lang. Warte mal, was sagt ihr jetzt irgendwas anderes? Was uns durchgelassen hat? Hm. Na ja, ein Rändchen rum jetzt. Okay, dann sagt ich's neues. Dann habe ich... Na gut, dann... Ja, machen wir ein anderes Mal, schätze ich. Dann, auf geht's... Weiter! So, warte doch! Ein T-Rex und eine Wolke? Knit-knit! Auah. Bleib endlich stehen! Boah, das ist ein Dieb. Der arme kleine Wolkenjunge. Oh-oh. Blab. Der kann nicht springen. Wir müssen ihm helfen, zu springen. Das gemeine Krokodil hat Opas Groschen gestohlen. Nein, nicht wieder weinen. Weinen tun nur kleine Kinder. Aber was? Was soll ich nur? Oha. Oh, man fängt an zu regnen. Da kann das Wetter... Da kann das Wetter verändern. Was sagst du dazu, Kumpel? Na hör mal, du willst dich... Achso, okay, okay. Weißt du ja nicht genau, was das ebenfalls ein Krokodil war, aber springen konnte? Der so viel steht fest. Ja, aber der kleine Wolkenjunge nicht. Hallo. Äh. Ha, hallo? Oje, Mene, du bist ja pitschnass. Oh. Bitte? Ach, mir geht's schon besser. Entschuldige. Manchmal hilft auch, außer weinen, einfach gar nichts mehr. Äh, warum hab ich eigentlich geweint? Warum hab ich eigentlich geweint? Äh, irgendeinen Grund, wo gab es doch, oder? Warum hab ich denn nochmal geweint? Gab es irgendwas? Wie, Wetter? Keine Ahnung. Ach ja, genau, ich sollte hier eine Besorgnung von meinem Opa erledigen. Doch dann bin ich dem blöden Krokodil begegnet. So ein Schock, der hat mich beklaut. Meinen Groschen hat er sich geschnappt. Und er war viel zu schnell für mich. Hey Mario, du springst immer noch super hoch, oder? Zeig doch mal bitte. Okay. Wow. Wow, da kann man was aber einpacken. Der schlach in den Geschuft. Moment, du bist Mario? Ich habe schon so viel über dich gehört. Und über dein Supersprungtalent auch. Ich bin Mellow, vom Quappenquell. Ich bin ja ein Frosch. Sieht man ja, oder? Aber springen kann ich fast gar nicht. Das ist ein Frosch? Hilfst du mir vielleicht, den Krokodil zu stappen, der mich beklaut hat? Kann gerade leider gar nicht. Zumirgleich muss ich retten und Bowser retten und besiegen und Pit retten und alles. Willst du es dir nochmal überlegen? Sorry, Mann. Ich gehe einfach nicht. Ich habe zu tun. Ach, bitte, bitte, bitte. Nein! Nein! Du bist ja so gemein, Mario. So was gemein ist. Das bloß ich... Nein, nein, nein. Hey, hey, hey. Hey, Mellow. Hey, Mellow. So ein Joke. Und ich bekomme hier Opas Groschen nie und niemals zurück. Niemals nicht! Nein, okay, okay, komm, komm. Aber Kopf, bisschen petten, pet pet, ganz ruhig. So, ist ja gut, ich bin dabei, meinetwegen. Danke, 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 danke! Der kleine Frosch Mellow hat sich dir angeschlossen. Ist das wirklich ein Frosch? Das ist ein Joke. Wie ein Frosch sieht er aber ganz und gar nicht aus. Nee, nicht wirklich. Hä? Wo ist er hin? Mellow führt Tagebuch zu deiner Reise. Lies es doch mal im Menü unser Reisebuch und blicke auf den Amtel zurück. Oh, er ist Schriftsteller, wie schön. Schön für ihn. Reisealbum. Was? Blicke zurück auf all die Erinnerungen, die du bisher auf deinem Abenteuer gesammelt hast. Ah, wir planen groß, dies ist nur der erste Schritt. Werden stören, Friede, wie du nicht wären. Was hast du so? Wir sind auf dem Hammer, Bruder. Mario ist ein Supershacker, total lieber Kerl, und er hilft mir, meinen Groschen wieder zu finden. Ob Coco, dieser böse Dieb, damit vom Pülspalast ins Grüne geflohen ist, ihm nach. Ah, das ist von Mario geschrieben, das steht so halt nicht. Okay. Interessant. Okay, wir haben unser erstes Partymitglied. Hey Mario. Hey, hey Mario. Hast du irgendwas zu sagen? Nö. Okay. Ich schätze, mit einem neuen Partymitglied können wir dann nun weiterreisen, oder? Mario, ich muss ja ganz ruhig was erzählen. Hier ist eben jemand komisches dabei gerannt. Jemand ganz komisches. Habt ihr ihn gesehen? Ui, wie sah das denn aus? Ungefähr so? Boah, Mario, Alter. Ich kann mich dazu ansetzen. Genau, das war er. Kein Zweifel. Das war mein Groschen-Dieb. Und sie haben den Kerl einfach laufen lassen? Laufen lassen? Ach wo? Laufen konnte er von selbst. Voll schnell sogar. Buh. Du da, sofort stehen bleiben. Hahaha, ihr Stimper könntet nicht mal eine Weinberggeschnecke fangen. Sayonara, ihr Schnaschnasen. Wow, der war wirklich schnell. Sonny kann einpacken. Mama mia. Da, 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 da war er doch. Los, Mario, ihm nach. Achso, ja, Stimperlo, du hast recht. Hier, nimm. Nimm lieber das hier mit. Ach, Weltkarte halten, danke. WC-Menü, Weltkarte aus, du kannst, ja, eine Weltkarte benutzen. Null. Marius Haus, Panoramahügel, Pilzfahrt, Pilzfahrt und Diebesfahrt. Da müssen wir hin. Dann, auf zum Diebesfahrt. Auf zum Diebesfahrt. Doch, vorher? Ich machen wir uns das für die nächste Folge auf, denn wir könnten theoretisch nochmal Panoramahügel, oder? Was sagt denn Mario jetzt dazu? Vielleicht hat er auch was zu sagen. Das ist also Bowsas Festung? Hm, sieht ja eigentlich nicht wirklich fest aus, sondern eher bröckelig. Ja, du hast recht. Leider kann er uns auch nicht helfen. Vielleicht, wenn wir ihm helfen, können wir ja damit auch anderen helfen. Und vielleicht können wir damit dann auch den Panoramahügel besteigen zu Bowsas, oder dem Schwert, seinem Schloss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Seid gespannt, seid dabei, seid gehypt. Und bis dann. Dann kommt der Diebesfahrt als nächstes dran. Wir schnappen diesen Dieb. Ganz sicher. Ja, eure Meinung zu Mellow? Ist er wirklich ein Bows? Irgendwas stimmt da nicht.